Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Ich hab bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Klar, ich schau mal, was du hast. Hier ist mein Angebot. Untertitelung des ZDF, 2020 Man findet nicht mehr viele von diesen Dingern. Scheinster Menschen schon von Lallen. Das ist ein Ding, das ist ein Ding, das ist ein Ding, das ist ein Ding. Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Bereit für die Zukunft. Strungen sein, hungrig. Wollen essen. Ich wünschte, ich wüsste, wo diese ganzen verfluchten Supermodel... Potenten herkommen. Ich wünschte, ich wünschte, ich wünschte, wir sehen, wie ich hier? Ich wünschte, ich wünschte, ich wünschte, ich wünschte, dass ich mich. Scheint wirklich was zu werden. Das war's für mich. Was ist das? 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 So einfach ist das? Was 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 ist das?